Hallo zusammen, heute gibt es ein neues Produktvideo von GS Work Fashion und heute stellen wir euch mal die Snickers Duradville Werkzeugweste vor. Die ist gedacht für alle, die bei der Arbeit richtig viel Werkzeug mit sich führen müssen und da dann auch immer schnell und flexibel rankommen müssen. Wir haben hier einmal auf der Vorderseite richtig viele Taschen, die sind alle unten nicht angenäht, damit wir da auch richtig große Sachen mit reinbekommen und dies vom Körper wegdrückt und somit auch nicht stören. Des Weiteren sind am ganzen unteren Rand die Gletschlaufen von Snickers angebracht und wir können hier problemlos Hammerhalter montieren, kleine Werkzeugtasche, Telefontasche oder auch die richtig großen Taschen von Snickers, sprich alles was es im Zubehörsortiment gibt. Das Ganze funktioniert so, dass da unten die Gletschlaufen sind, die laufen am kompletten Rand rum und man kann hier überall flexibel seine Werkzeugtaschen anbringen. Des Weiteren ist der Rückenstoff als Netz ausgeführt, dass man auch bei großer Hitze nicht schwitzt und optimal die Luft zirkulieren kann. Aber das Ding ist auch geeignet, um es im Winter anzuziehen, denn wir können hier über den Erweiterungseinsatz problemlos die Wäste eine Nummer größer machen. Und somit können wir da auch locker eine dicke Jacke drunter ziehen, ohne dass das Ganze stört. Und dann, wenn man Feierabend hat, Reißverschluss auf, Wäste aus, ganzes Werkzeug ist weg und das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ciao.